Hallo, ich bin Yves Bartz, ich bin 24 Jahre jung und Boxer seit elf Jahren. Ich komme aus Karlsruhe, habe damals im Kieling geboxt, Boxer 46 Kieling, mit meinem jetzigen Manager Daniel Todorovic, den ich jahrelang schon kenne. Er hat damals schon mein Talent sozusagen entdeckt und hat damals schon zu mir gemeint, Yves, wie wär's, wenn du gleich mal Profi wärst. Hatte mir dann diese Chance gegeben, dass ich da ins Profilager rüber wechseln konnte und jetzt bin ich hier im Team, bin sehr glücklich. Ich trainiere momentan mit Arthur Mann, mit Lange Kaur und Sophia Alisch. Wir verstehen uns alle ziemlich gut. Es ist ein super Team, alles läuft ziemlich harmonisch. Ein bisschen katastrophal so unter uns, aber es macht sehr Spaß. Ja, wir sind einfach wir. Mein Name ist Dominik Junge, ich bin Head Coach von Mach1, neu im Team One Sports, bin für die Betreuung von Yves zuständig. Das ganze Team hat mir einfach Spaß gemacht, hab mir Freude gemacht, hab ich gesagt, okay geiler Job mach ich. Wir haben viel an der Defensive gearbeitet, wir haben ein bisschen an seiner Kontrolle gearbeitet, dass er etwas ruhiger wird, dass er sich besser einteilt, Distanz besser wird zum Gegner. Das waren so die Hauptpunkte in den letzten Wochen. Was macht ihn aus? Er ist unheimlich explosiv, er hat gute Reflexe. Na gut, wie der Kampf ausgehen wird, gibt's keine Diskussionen, also keine Frage, also wird gewinnen. Wir sind gerade hier in Mach1, da hab ich mich vorbereitet für den Kampf für heute Abend. Vorher hab ich mich beim Gregor Hasselberger zusammen trainiert. Wir haben viel an meiner Spitzigkeit gearbeitet, Explosivität, ein bisschen Muskelaufbau. Das hat ja auch jetzt im Training ein bisschen gezeigt, dass da einiges dazu gekommen ist. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gut vorbereitet, wir haben das Beste jetzt rausgebracht und für heute Abend sind wir auf jeden Fall bereit. Wie gesagt, hab ich mich jetzt in Katsu, auch in meiner Heimatstadt, vorbereitet. Der Kampf heute Abend wird auch in Katsu stattfinden und auf jeden Fall werden viele Freunde von mir kommen, Familien, Anhänger werden kommen und es wird auf jeden Fall sehr schön heute Abend. Vielen Dank, vielen Dank.